Eine optimal eingesetzte Beleuchtung kann die Raumindividualität positiv zur Geltung bringen. Möchten Sie den ganzen Raum in hellem Licht erstrahlen lassen oder mit warmem Licht eine romantische Stimmung erzeugen? Kein Problem! Durch gezielt gesetzte Lichtakzente lassen sich optische Highlights in der Einrichtung betonen und auch unterschiedliche Stimmungen erzeugen. In den Leuchtenstudios bei Möbel Heinrich finden Sie eine große Vielfalt an Leuchten, die passenden Leuchtmittel und Zubehör. Wählen Sie aus vielen verschiedenen Ausführungen, ob als Pendel, Hänge, Wand oder Stehleuchte. Kombinieren Sie gezielt unterschiedliche Designs oder bleiben Sie Ihrem Stil treu. Viele Leuchtenserien von Herstellern wie Wofi, Honsel, Trio oder Fischerleuchten bieten Beleuchtungsideen für jeden Wohnbereich, wobei alle Leuchten optisch aufeinander abgestimmt sind und so eine harmonische Einheit ergeben. Bei der Ausleuchtung von Räumen wird auch das Thema Energiesparen immer wichtiger. Welches Leuchtmittel für welchen Zweck? LED, Halogen oder Energiesparlampe? Fragen Sie uns einfach! Die Fachberater in den Leuchtenstudios von Möbel Heinrich in Bad Nenndorf, Hameln und Kirchlängern beraten Sie und stehen Ihnen für Fragen rund um Ihre Wohnraumbeleuchtung gerne zur Seite. Die Fachberater in Bad Nenndorf, Hameln und Kirchlängern beraten Sie Untertitelung des ZDF, 2020